Da, schaut sie euch an. Hau ab, du hässliche Hexe. Oh Mann, was für eine Schönheit. Was ist mit mir los? Was sind das für Gefühle? Weil ich dich liebe. Was? Ich hasse dich. Was auch immer ich dir getan habe, ich entschuldige mich dafür. Das, was du getan hast, wirst du nie wieder gut machen können. Erkennst du mich immer noch nicht wieder? Naja, kein Wunder. Die Opfer leiden Qualen, aber für die Täter war es bloß ein Spielchen. Soll ich dich ein wenig trösten? Na sowas, Taktaya und echte Liebe? Verreck. Warum, warum ist er nur wieder in meinem Leben aufgetaucht? Alles nur deine Schuld. Also, ich bin ein wenig trösten. Und wenn ich dich nicht das, dass mein Leben aufgetaucht, Ich gehst ja, mal mach. 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 Ich gehst ja, mal mach.